Hilfe vom Staat anzusehen. ...lässt Margret den Musikkater im Kreis der Kinder herumschleifen. Der Musikkater ist eine große blaue Stoffkatze. ...in der Musikschule immer in einem kleinen, echten Katzenkorb rocken. Jetzt bleibt der Musikkater erst einmal vor Conny stehen. Er fragt, ob er die Stimme hat. Miau! Und wie heißt du? Ich heiße Conny. Ich bin frei. Dann lass mich mal zum nächsten Mal gehen. Ich bin frei. 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 ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann könnt ihr dann schauen, das Ganze Da klickt ihr dann drauf und... Ja, da können wir das sehen Dann könnt ihr uns sehen Wir winken auch mal in die Kamera Ja, genau, für euch auf jeden Fall mal Jetzt Biele Biele esselt Eine Stunde und dann, wie gesagt, Radio Micha Ja, da können wir das sehen, das ist ja auch mal in die Kamera Ja, da können wir das sehen, das ist ja auch mal in die Kamera Ja, da können wir das sehen, das ist ja auch mal in die Kamera Bis zum nächsten Mal. 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 Das ist auch ein Panoptikum, ja. Okay. Ja, okay, da können wir dich wieder live hören und sehen. Ja, das wird in die Zeit knacken. Ansonsten, ja, würde ich sagen, danke, dass du auf jeden Fall da warst. Sehr gerne, immer wieder. Und, ja, bleibst du auf jeden Fall noch ein bisschen hier. Ja, ich bin noch ein bisschen am Start auf jeden Fall. Ja, ansonsten, ja, viel, viel Spaß weiterhin noch. Ja, wie in der Abfahrt. Ja, weiter geht's mit, ja, mit wem geht's denn jetzt weiter? Ciao. Jo, jetzt geht's weiter mit Mr. Radio-Mischer. Okay. Ab geht die Post, ja. Wollte ich sagen. Ja. Viel Spaß. Cool.